Diese Ehrenaktion der Minecraft-Entwickler müsst ihr einfach gesehen haben. Vor zwei Tagen hat Minecraft auf dem offiziellen YouTube-Kanal ein neues Video mit dem Namen 2022 Special 10 Dinge über Minecraft, die du möglicherweise noch nicht wusstest, hochgeladen. Während da dann offenkundig jede Menge interessante Dinge, beispielsweise zu Steve's Barth, zu der Mob-Vote-Map dieses Jahr und zu weiteren Dingen geteilt wurde, gab es am Ende eine wunderschöne und zugleich auch traurige Nachricht. Oh, es hat funktioniert. Okay, hier geht's. Technoblade never dies. Oh Mann, was eine starke Aktion von Minecraft. Und ja, die Minecraft-Legende Technoblade wird für immer in unserem Herzen leben. Rest in Peace, King, an der Stelle. Und ich finde, hieran erkennt man auch nochmal sehr gut, was eigentlich für ein großartiges Team hinter dem Namen Minecraft steckt.